Die Klimakatastrophe könnte vielleicht ausfallen, meldet Fokus, weil die Sonne weniger scheint. Eine Katastrophe weniger, das klingt erstmal gut, aber wenn sie endlich eingetreten wäre, hätten wenigstens die nervigen Klimaaktivisten ihre aufrottelnden Aktionen eingestellt, weil es nichts mehr zum Aufrotteln gibt. Aber so wird das wohl noch länger dauern, weil die Sonne jederzeit wieder hochfahren kann. Die Arbeit mit Atomkraft. Gegen die Sonne kann man vorerst nichts machen, aber der Mund trägt auch einen Teil bei. Vielleicht kann man den schwarz streichen oder wenigstens zur Hälfte, dass höchstens der Halbmond strahlt. Und wenn man ihn doch wieder ganz braucht, dreht man ihn um. Ich meine das nur so als Vision, damit die Engagierten ein Ziel haben, für das sie auf die Straße gehen können. Morgen geht's weiter. Australians Wie bitte! Dann geht's.